...tolle Feiern auf dem Innsbrucker Tivoli. Wir gratulieren natürlich auch das Spiel schon frühzeitig entschieden. Aus und vorbei. Wie schaut es derzeit mit dem Innenleben vom Tornepolst aus? Ja, ich weiß nicht. Also ich denke mal, dass wir in ein paar Wochen erst kommen. Momentan fühle ich mich ja noch als Spieler und habe mich auch vorbereitet jede Woche ganz normal. Ich hoffe, dass ich das Ganze mit der nötigen Würde, mit dem nötigen Respekt auch dann schaffe, den Übergang ins andere Leben des Tornepolsters unter Anführungszeichen. Ja, ein schöner Erfolg für Tornepolster und ein schöner Abschied allemal dieser Treffer und die Vorbereitung eines Treffers zum Abschied. Wir werden ihn im österreichischen Fußball und im internationalen Fußball sicherlich noch sehen. Abschied steht...